Keine Begegnung in unserem Leben ist ein Zufall. Das Schicksal, es lässt von niemandem ab. Es wird jeden Augenblick neu geschrieben. Manchmal geschehen solche Dinge, dass du Sachen tust, die du dir niemals hättest vorstellen können. Dass du Dinge erträgst, die du dir niemals hättest ausmalen können. Dass du liebst, was du niemals gedacht hättest, lieben zu können. Dass du einfach gehst, obwohl du dir das niemals hättest denken können.